Hi, ich bin Jan Marschalkowski, 19 Jahre alt. Ich werde dieses Jahr das erste Jahr im GT Masters antreten. Ich freue mich natürlich mega auf die neue Challenge. Ich werde zusammen mit Dani von Gardella fahren. Es ist natürlich eine Riesenehre, so einen erfahrenen Teamkollegen zu haben, der einem mit seiner ganzen Erfahrung viel weiterhelfen kann, der mir alles beibringen kann, was man wissen muss, um schnell zu sein im Auto. Ich kann es kaum erwarten, beim ersten Rennen anzutreten. Es ist natürlich auch eine Riesenehre für mich, so ein Vertrauen von BMW T und von Mercedes entgegengebracht zu bekommen. Ich freue mich mega und bin gespannt, wo wir jetzt endlich stehen. Ich freue mich. 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 Ich freue mich.